Musik 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 Verstanden, Oberkommando. Oberkommando, Hände! Sie wissen, was Sie zu tun haben, Fernseh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Schuss ist abgeprallen. Musik Alles erledigt! Feindbeschuss! Verdammt! Musik Sie sind alle vorauf! Melde volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Warum kann er nicht ein Satz Ja sagen? Was ist die N가요? Wer werden sie? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sch affirmiert, um zu spüren. Schreien. согласgerät. Schreien. Schreie. Erwicht! Panzerkranker! Steckung, schnell! Scheiße! Komm schon, Stefan! Das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt! Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerkracker? Herr Kertz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stehlerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichten in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine. Ich bin einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Einemies Flug. Er kommt los. Er kommt los. Er kommt los,affen요! Er kommt los,fuß! Er kommt los! Er ist in der Tür Una, noch nicht los! Ohne sie ist in der Tür! Ohne sie ist in der Tür! Ohne sie ist in der Tür! Ohne sie ist hier! Ohne sie sind in der Tür! Ah! 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 Oh! Ah! Was ist das? Oh, Gott, die Stärke. Oh, Gott. Jetzt zurück zu Stefan. Wie haben Sie mich gefunden? Ich bin einfach dem Feuerwerk gefolgt. Wie haben Sie mich gefunden? 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 Wie haben Sie Stefan repariert? Ja, ich musste nur ein wenig basteln. Aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Was? 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 Es ist hier! Es ist hier! Es ist! Es ist hier! Es ist hier! Es ist hier! Ich habe ihn! Oh Ich denke das war's bringen sie uns zur kathedrale kerz Was sind die Befehle Kommandant? Schermans vorrücken und angreifen Der macht kein Luft mehr Bestell sich die Treffer Peter wenn sie so weitermachen haben wir ein Problem Ich hab's gleich Das Ziel ist erledigt 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 Alle sind uns richtig und alle werden von uns geschätzt. Blöden Komparener, die keine gerechte Sache nehmen. Lass uns die Komparener auf den Schiff noch nicht kommen. Lass uns die Komparener auf den Schiff zu steigen. Lass uns die Komparener auf den Schiff zu steigen. Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund. Er hat seine Pflicht getan, wie wir vor. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt?